Was du dann sagst, exakt, genau, richtig. Ja, ich habe noch was auf dem Herzen, ja, also ich kann absolut nur jedem empfehlen, hier rein zu gucken. Das, ja, am liebsten würde ich jedem sagen, oh, mach doch den Kilo und Jugendcoach, weil, damit man wirklich viele Menschen erreichen kann, ja. Ich bin Sylvie Betz, ich bin jetzt 35 Jahre alt, habe drei Kinder und über das IPA, ja, da bin ich über Facebook gekommen, ja. Das sprach mich immer wieder an und dann habe ich gedacht, ja, hört sich ganz interessant an. Dann kam es wieder und dann habe ich halt mal reingeguckt und so stieg mein Interesse, ja, und dann habe ich mich irgendwann angemeldet. Weil ich einfach viele, ja, Dinge dann für mich erkannt habe, dass ich dann meine Kinder wahnsinnig gut unterstützen kann, einfach, ja. Also meine Erfahrungen sind einfach, dass ich auch unheimlich viel an mir habe selber lernen dürfen. Und dann, ja, versteckte Blockaden so zum Vorschein gekommen sind, die dann auch lösen konnte, ja. Und das ein total tolles Gefühl ist, man geht, ja, ich glaube, meine Lebensfreude hat sich um einiges gesteigert, seit ich hier bin, ja. Ja, ja, absolut. Angekommen fühle ich mich, also ich komme schon mit einer gewissen Erwartung und einer Freude einfach hierher und bin dann auch so gespannt drauf, wie geht es den anderen, mit der morgendlichen Runde dann auch so, wer hat was erlebt. Also das ist schon echt spannend, total spannend, ja. Es ist klasse, es ist einfach nur phänomenal, ihm zuzuhören, ja, es macht so viel Spaß und Freude, es ist so viel Spaß in der Gruppe, ja, es ist wirklich ganz, ganz klasse. Er bringt da so eine Freude rein, dass, ja, man kann immer den nächsten Tag fast kaum abwarten, weil es so viel Spaß macht, da zu arbeiten einfach auch, ihm zuzuhören, seine Lebendigkeit, ja, die er da einfach so an den Tag legt, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.